Das Heizölmaskottchen für Total Das Heizölmaskottchen für Total Vielleicht fragt ihr euch, was ich als antarktischer Vogel mit Wärme zu tun habe? Tja, ich als Pinguin bin sogar ein ausgewiesener Wärmeprofi. Weder Sturm noch Schnee oder eisiges Wasser können mir und meinen Verwandten etwas anhaben. Unser extrem dichtes Gefieder, das wir natürlich auch pflegen und einfetten, wirkt ähnlich wie Thermokleidung. So halten wir uns warm. Und ihr? Tja, ihr könnt euch so warm anziehen, wie ihr wollt. Heizen müsst ihr im Winter doch. Dafür liefert euch Total das Heizöl bequem nach Hause. Das beliebteste Heizöl von Total heißt übrigens Thermo Plus. Damit heizt ihr besonders sparsam und sauber. Juhu, juhu. Hallo Kiringo. Guten Appetit. Boah, ist dir eine lange Zunge. So, im Hintergrund, da sind die Koalas. Und die kommen ursprünglich aus Australien. Da ist es immer super warm, deswegen muss man da relativ wenig heizen. Bei uns dafür umso mehr. Und beim Heizöl kommt man ja um das Thema Klimaschutz nicht herum. Da habe ich gleich noch eine gute Nachricht für euch. Thermo Plus gibt es jetzt auch als klimaneutrales Heizöl. Das bedeutet, eure CO2-Emissionen beim Heizen werden an anderer Stelle wieder ausgeglichen. Tolle Sache, oder? Mehr darüber erfahrt ihr im Internet. Die drei Freunde hinter mir sind aus Stein. Jetzt will ich aber endlich die Pinguine aus Fleisch und Blut sehen. Und die gibt es in der Total-Pinguin-Welt. Juhu! Darf ich vorstellen? Die Familie der Brillen-Pinguine! Tja, das sind alles meine Patenkinder. Sind die nicht süß? Bestimmt wisst ihr, dass Zoos ganz wichtige Aufgaben haben. Eine davon ist Artenschutz. Dieses Thema liegt auch total am Herzen. Und deshalb unterstützen wir verschiedene Zoos durch Pinguin-Patenschaften. Wenn euch der Zoobesuch gefallen hat, dann schaut euch doch auch das Video mit mir und meinen Pinguin-Freunden aus den Spree-Welten an. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020